Oh, das Schreifers. Oh, das Schreifers. Das ist ein cooler Kampfraum. Ganondorf ist eine Spinne? Nein, Ganon. Ist ja nicht Ganondorf. Akku ist geladen, ja. Sieht ja mal ganz anders aus, als man denkt. Heimsuchen von Schloss Hyrule. Verheerung, Ganon. Okay, bin ich mal gespannt, wie schnell ich auf die Schnauze kriege. Damit das klar ist, ich will das nicht für dich. Ich habe lediglich noch eine alte Rechnung mit Ganon auf. Stimmt, wir haben alle Titanen. Das ist das letzte Bisschen meiner Kraft. Du musst es schaffen. Dann los, Bruder. Mal sehen, wie wir das mit Ganon. Dann wollen wir es mal kachen lassen. Teil sie durch Zelda. Gleich ist es durchgestanden. Eindor ist nichts verpasst. Ich fange doch gerade erst an. Gerade erst dabei. Jetzt kommt die Schwächung, die wir geholt haben, weil wir alle vier Titanen geholt haben. Ah, er verliert eine ganze Hälfte, wenn man die ganzen Titanen holt. Ja, das ist nett. Ich sehe, hat er viele Waffen an seinen ganzen Händen. Er hat mir natürlich das Band schwert. So, Moment. Und drüber wechseln. Okay, hallo, Ganon. Boah, toll. Gleich getroffen, instant. Mal einen kurzen Foto von machen. So, für Herr und Ganon. Cooles Bild. Eine ganze Hälfte. Ja, eine ganze Hälfte. Abgewährt, mein Freund. Was, er hat das gemacht, das wollte ich aber machen. Boah, wir machen ja gar kein Damage mit dem Master Sword. Das sieht ja gar nicht so viel aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Dadurch ist es noch ein bisschen mehr Damage. Nein, immer macht er das. Das will ich doch gar nicht. Okay, bislang geht das nur so. Er ist auf jeden Fall auch so was, ja, scheiße, wir essen schon mal was, was Antiques. Da müssten die Pfeile ja eigentlich gehen, oder? No, er crubbles und ich muss hochfliegen. Setz das doch mal ein. Warum kann ich nicht hochfliegen? Ich dachte, man auch finde. Ja, super. Oh, wieder sowas. Alles klar. Kann ich mal einen davon nehmen? Scheiße, klappt der nicht. Ey, hier ist noch ein Schwert. Hallo, Schwert. Ist ein bisschen weit weg, ne? Geht das trotzdem? Ich habe ihn getroffen. Oh. Wow, wie viel Damage macht das denn? Pfeile sind hier echt am besten. Stimmt, den Fünferbogen mit dem antiken Pfeil. Das wäre eine Idee. Guck mal, habe ich den noch? Den antiken Bogen? Ah, den antiken Bogen weiß ich schon. Ah, der ist fast kaputt. Egal. Mensch, den mehr Bogen ist zerbrochen. Okay, ich kann den kein Damage machen. Muss mal raus, was können wir da machen? Wahrscheinlich muss ich irgendwas... Das Zurückflay effektieren? Ey, es hat getroffen. Ah nein, mein Bogen ist ja kaputt. Oh, ich drücke die ganze Zeit und es geht nicht. Ah, okay. Netter Damage. Aber ich hätte jetzt so ein Fuß haben können. Muss ich sagen. Muss ich jetzt immer reflektieren? Oh, das war schlecht. So viele Schilde haben wir nicht mehr, ne? Ich habe die ganze Zeit so schnell gedrückt, weil ich ihn nicht anvisiert hatte. Ups. Oh nein, ich will da klettern. Da kann ich doch wieder so wenig machen. Hör auf zu klettern, Mann! Oder klettern, Max. Okay, jetzt sieht man auch, was einer meinte, dass man das ja alle Fähigkeiten hat. Ich kriege das gerade nicht richtig getimed, ne? Wieder ein bisschen Nubi. Okay. Was soll das jetzt genau sein? Habe ich nur einen Feuerball. Hör jetzt nicht so schlimm aus. Kommen wir mal bitte auf den Boden. Hinter dem ist noch... Jetzt ist da natürlich Aufwind. Ja, klar. Bang. Okay. Es hat noch Rivalis kam, ne? Nicht vergessen. Ich hätte mit einem Tisch gehen wir noch einmal hoch müssen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so viel bringen würde hier. Jetzt scheint mir das am einfachsten zu sein. Okay, Sauber. Ich weiß, man kann auch anders ausweichen, so... ...perfekten Ausweichkram machen. Yeah, getroffen. Wir haben so viel zu fressen, ich erst mal einfach fast. Ich habe so viel gemacht. Bing. Wir wollen natürlich nicht, dass er... ...von den Pfeilen gekillt wird. So, jetzt aber... Geht doch. Wahrscheinlich war das noch nicht alles. Wobei, das könnte alles gewesen sein, weil er wäre schwerer gewesen, wenn er die Tarn nicht gemacht hätte. Oh, da kommen wir jetzt gerne noch da raus. Äh, gerne drauf. Ja, sonst kommt ja noch was. Ich weiß, ich weiß, was er nicht anders wurde. Die Tarn nicht wurde... Was ist hier denn noch oben, wa? Gano, 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 vor Äonen geboren, unzählige Male zerstört, unzählige Male wiederbelebt, die Fleischwerdung von Zorn und Hass. Mein Verlangen, wieder zurückzukehren, macht ihn rasend. Wenn es ihm gelingt, wird die Tragödie vor hundert Jahren harmlos sein. Ah, er ist wieder in seiner dingrichtigen Form. Dämonen-Bestie, Gano. Jetzt müssen wir mit unserem Pferd kämpfen. Das ist der Bogen des Lichts, der das Böse vertreiben kann. Ich vertraue ihn dir an. Ich weiß nicht, wie viel deiner Kraft und deiner Erinnerung du wiedererlangt hast. Aber ich glaube an dich. An dich und deinen Helge. Jetzt muss ich noch ein Foto machen. Ich kann kein Foto machen? Kann ich nicht absteigen? Doch, kann ich. Ja, ein Scheißfoto geworden. Ist mir ja volle Wurscht, wenn wir das Foto haben. Ich tue mir jetzt den Bogen erstmal so. So. Lichtbogen. Oh, 100 Damage, nett. Geht wahrscheinlich da noch nicht kaputt, ne? Welche Pfeile? Achso, einfach nur Lichtpfeile. Die leuchtenden Stellen treffen. Die leuchtenden Stellen? Der leuchtet doch überall. Ich wünsche dir Glück. Mal gucken, wo die leuchtenden Stellen sind. Jetzt werden wir natürlich erstmal Damage tun. Das ist super. Das ist manchen mit leuchtenden Stellen. Für mich leuchtet der überall. Da vielleicht? Schieß auf die leuchtenden Stellen. Ach jetzt? Ja, was schmeißt du mich denn ab? Du blödes Pferd. Das Ding. Zack. Kapatt. Der ist ein bisschen riesig, ne? Ist voll cool, dass er so ist. Fällt mir mal richtig gut. Also ich meine, gerne war er ja sowieso schon mal größer als man selbst. Aber so riesig war er nie. Ja, so besser hat er aufgehört. Weißt du was? Ich bleibe ja im Verstehen. Im Weg trifft der mich gar nicht hier. Feen haben wir auch noch ein paar dabei, falls ich mal ein bisschen zu überheblich werde. Bäh. Jetzt hat er mich doch getroffen. Wow. Ja gut, wenn er sich mal dreht, dann... Ja, jetzt bin ich so weit weg. Getroffen? Ja. Da auch noch drauf. Komm schon, noch ein zweiter Treffer. Danke. Wo ist mein Pferd jetzt denn? Komm Pferd. Wir haben Herb heard. Ferdinand. Ferdinand. Wo ist mein Pferd? Ich bin zu Fuß so langsam. Wo ist mein Pferd? Aber jetzt hätte er wahrscheinlich auf der anderen Seite noch getroffen werden müssen. Hä? Da ist mein Pferd weg. Mein Pferd kommt nicht wieder. Komisch. Weißt du was? Da mache ich es ohne dich. Scheiß auf dich. Scheiß auf dich. Du bist halt nicht Epona. Man merkt's. Epona wäre besser gewesen. You're not Epona. So, wo ist der letzte Treffer jetzt? Kommt. Boses Zorn ist bereit. Das ist super. Weißt du, was ich noch mache? Ich kann jetzt auch einmal mit dem Pferd fliegen. Komm mal rum. Und mein Pferd ist nur Leberkäse. Okay, wo ist der letzte Punkt? Wenn du das wieder sagst. Hundertprozentig der Kopf. Oder sein Nice Bud. Ach, unten. Okay. Alles klar. Okay, eine Stelle noch, ne? Wie können sie ihn noch finden? Dann haben wir ihn. Den Hemd. Oh, wie schön das jetzt aussieht. Guck dir das mal an. Es kommt Blutmund. Ich muss alles von vorne machen. Das wäre scheiße. Garnas Kopf. Hätte das gedacht. Deswegen wir hoch. Die bringen nichts, ne? Ich muss rauffliegen, oder? Ich will doch rauffliegen. Nein. Hab mich nicht getroffen. Scheiße. Ich muss nicht, doch. Ich muss da, glaube ich, rauffliegen, oder nicht? Aber, ne, immer wieder die Luke aufmacht. Macht die Luke auf. Das ist gerade erst gesehen. Jetzt. Ich glaube, ich habe da noch etwas falsch gemacht. Ich muss gar... ...gar anders Angriffen zum Nutzer machen. Wenn er runterkommt, raufklettern. Wir machen das... Ne, das Auge geht immer zu. Achso, warte mal. Wenn er angreift, habe ich Zeit. Nicht? Ich hätte eigentlich gar nicht... ...muss mit einem Schwert da raufspringen... ...und dann mit Master Sword reinhauen. Das reicht. Irgendwie klappt das nicht. Immer noch nicht. Hä? Kann ich leider nicht mal hochspringen. Der Sprung der Musikplatte. Ich will da raufspringen, aber kann ich draufklettern? Auf ihn? Warte mal, jetzt kommt doch Aufwände, ne? Achso, Aufwände nutzen, wenn er schießt. Ich dab. Ich verstehe. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, warte mal. Habe ich das Master Sword ausgewählt? Ja. Jetzt. Mein Gott, dass ich da... Nein! Das ist mir sogar am Anfang des... Ganz am Anfang des Kampfes schon aufgefallen und ich habe es jetzt nicht genutzt. Oh, jetzt aber. Schaffe ich es denn? Hehehehe. Boah, er hat mich doppelt getroffen. Okay, nochmal heilen. Übel. Jetzt aber. Ich habe mir wieder zu früh gelacht. Boah, wie lange ich brauche? Wie weit bin ich denn entfernt von dem? Ähm. Wie trifft er mich? Ja, will ich ja. Aber nicht so viel. Boah, wie weit ich entfernt bin. Nochmal hinrennen. Der Spun der Musikplatte ist echt super. Soll ich meine Ausdauer verbrauchen? Ich bin so schlau. Ich bin viel zu weit weg gewesen. Der trifft mich immer. Trifft er mich immer? Das Gefühl, ich mache immer noch was falsch. Sein Laser zurückwerfen, sicherlich. Ich darf den Chat nicht lesen, aber steht da bestimmt schon was drin. Jetzt ob es sich. Ich habe kein Button auf dieses Gedudelt. Ich weiß aber noch nicht genau wie. Außer, dass ich da raufspringen muss. Dann will das nicht mehr von dem immer hinten. Okay, der hittet mich jedes Mal, wenn ich das mache. Was mache ich denn jetzt noch falsch? Oder muss ich raufschießen extra, damit er aufhört? Und dann da rauffliegen. Achso, ich muss die ganze Zeit schießen. Ach man, ich darf mit dem Master Sword reinstechen. Egal, bam! Ich schmeiß das Pferd auf ihn. Ich habe extra die ganze Zeit nichts gelesen, was ich geschrieben habe. Ich wollte es selber machen. Ich wollte es selber machen. Ja, Dr. Damage. Ja, das habe ich... Ich glaube, da war wirklich viel Bullshit. Das ist mir mal egal. Ich habe jetzt keine Lust, das Eisenbahn durchzulesen. Oh, Captain Falcon wäre jetzt super, wenn der jetzt reinkommt. Nein, Falcon kickt doch nicht. Entweder mit einem Falcon Punch oder mit einem Knee of Justice. Wenn eins von diesen beiden Sachen... Roy wartet jetzt sehnsüchtig auf den Kuss. Besiege gerne. Geschafft. Warum wäre das lustig, wenn das geschafft nicht da stehen würde? Hey, Cindy. Das heißt, jetzt gibt es keine Blood Moon mehr. Ich habe alles miterlebt. Von Anfang an. Dein Schicksal. Dein Leiden. Dein Kampf. Und deshalb... ...hatte ich Vertrauen. Ich war mir ganz sicher, du würdest die Verheerung Ganon zurückschlagen. Link, Held von Hyrule. Vielen Dank für alles. Erinnerst du dich? Weißt du noch, wer ich bin? ... ...